Und da sind wir wieder bei Gears Tactics. Wir haben eben diese Besorgungsmission fast perfekt geschafft. Ja, egal, egal, egal. Mach Kisten auf. Los! Hoffentlich ist der Spieler der beste Fußballspieler dabei. Das ist so geil, wenn so ein Ronaldo da rauskommt. Juhu! Da müssen wir so ganz fake freuen. Yes! Yes! Nachdem ich irgendwie 1000 Euro Geld da reingebuttert habe, habe ich ein Bildchen von Ronaldo. Also ungefähr genauso ehrlich, wie wir uns sonst auch immer freuen. Darf ich dich nicht freuen. So, was haben wir jetzt hier alles freigeschaltet? Precision Scope. 7% Accuracy. Akzeptiere ich. Hat Sittert doch Scale Tree auch nichts. Was heißt denn dann? Ach, hier. Granate. Type. Ach, es gibt eine Rare Stim Grenade. 40 plus Healing. Okay. Aber eigentlich wollen wir ja immer die Frag Grenades haben. Ja, eigentlich ist das besser. Das ist schon... Power Barrel. Plus 30 Damage. Nehme ich. Mikaela. 40 Crit Damage. Nehme ich. Oh, guck mal. Der ist aufgestiegen. Jetzt geht's in Richtung... Hoch mit ihm. Hoch mit ihm und raus damit. Ich hatte irgendwann was gelesen, dass das eigentlich viel geiler ist. Der Pfad. Ja. Ja. Ja komm, jetzt hier nicht sich vom Pfad abbringen lassen. Das ist eigentlich scheiße. Bitte. Bitte. So, so, so geht's nicht mehr, meine Damen und Herren. So. Wenn Missing or Landing... Ah, das ist ja geil. Was? Wenn man daneben schießt, so ein Partial Hit macht, dann schießt er nochmal, was so wütend ist. Haha, geil. Das geht schon vorher. Reloading reduces all Ability and Skill Codowns. Uh, der ist dann dead. Das ist ja noch viel geiler. Beim Nachladen wird, werden alle Cooldowns um einen Zug verkürzt. Das ist ja... Das ist ja irre. Was für ein Powerhouse. So, da hat es jetzt natürlich auch lauter Sachen. Nämlich Extended Mag. Hair Trigger. Mit 10% Chance. Oder zweimal Ammo extra. Das ist schon für die ein Sau wertvoll, ne? Schon krass, ja. Nehmen wir das. Handles. Handles. Holographic Handle. Macht 25% Crit Chance. Nehme ich doch. Okay. Ich fürchte, wir dürfen trotzdem... Ich habe schon wieder wahrscheinlich zu wenig Leute ausgebildet. So. AWOL. Rescue Mission. Kill 5 or more enemies. Gabe darf nicht. Sid darf nicht. Michaela darf. Und zwei Units sonst. Das heißt. Dann nehme ich aber doch... Ja, wobei. So eine Heilung ist wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Guck mal ganz kurz der Loadout nochmal an, ob wir da noch optimieren können. Eigentlich haben wir nichts mehr... Hey, ich vertrau denen. Die Ladies machen das jetzt. Oh, ein Zeichen gefällt. Eyes open. Feet apart. Hahahaha. Hahahaha. Hast du gesehen? Wollt ich's Gewehr durch den Kopf. Ich muss sagen. Sie sind jetzt angefangen, wie Gears. Ja. Ich glaube, wir haben sie ein bisschen Spiegel in sie. Was hast du gemacht? Drei von meinen Leuten haben sie nur gesperrt. Ja. Vielleicht ein bisschen. Zwei Monate Spiegel. Wir werden eine Suchspartier, gehen nach ihnen. Michaela. Sie sind nicht nur deine Leute. Jetzt ist das Gewehr mit seinem Arm verschmolzen. Jetzt wird er auch beim Essen so da sitzen. Schau. Ich mag auch nicht, Dinge mit dem Kogway zu tun. Aber nicht sogar Sids so hart wie ein Grug-Torture-Pot. Die Lokusten haben unsere Runaway-Kaptive nahe. Lasst uns sie nach Hause bringen. Den erzähle ich was hier. Abhauen und sich dann gleich fangen lassen. Okay, ein Torture-Bot. Dann hast du schon drei Gegner. Drei. Hm. Dann laufen wir jetzt erstmal, ne? Was ist jetzt los? Laufen wir erstmal hier hoch. Das Geile ist, deine Leitung scheint gerade ganz schön dünn zu sein. Wir kommen nur noch pixelbrei an. Ach, alles beruhigt sich so langsam. Das war jetzt einfach diese ganze Aufregung mit Nades komischer Gewehrhand. Was steht denn, was steht denn oben in der Ecke? Also was, wir haben nur fünf, ach so, steht da 15 Runden? Wir haben 15 oder 16 oder 18 Runden. Ne, 15 Runden haben wir Zeit und, ähm, enemies left to kill. Wir müssen fünf, für das Bonus, fünf Feinde ausschalten. Mit den geretteten Dingern. Und wir wissen auch nur von zwei von den drei Entführten, dass sie ein Support sind. Wo der dritte ist, wissen wir noch nicht. So. Das heißt... Na nu. Tickers! Oh shit. Kann man die auch so kicken? Was? Kicken? Ich konnte immer noch immer so wegkicken. Echt? Das habe ich doch nie gemacht. Das ist wie eine Handgranate. Die haben so eklige, sie machen so eklige Geräusche. Im Gegensatz zu den anderen Locust, die total angenehme Geräusche machen. Was ist dann schon wieder für eine Androhung, wether they like it or not? Das ist jetzt halt... Das ist eine gütige, aber harsche Anführerin. Let's show them what we got! Turns remaining. Also bis dahin... Schau mal, dann kann ich jetzt auf zwei von den Schurken schon sch... Ach, die hat eine Heilgranaten. Ticker Kick, genau. Kicker Ticker. Geht also. Heißt das aber, du kannst die gezielt dann irgendwo hinkicken? Ja, wahrscheinlich schon. Das wäre, äh... Ich möchte gerne sagen, sehr cool. Und weil ich das gerne sagen möchte... So. Wo können die hier hoch? Die können hier die Treppe hoch, dann kommen die aber da raus. Das heißt aber, dann bleibe ich lieber weiter hier und Overwatch da so vor. Boah. Ja toll. Galaxy Brain 5000. Einen dummen gibt's zum Glück immer. Die müssen ja auch irgendwann mal lernen. Ja oh. Nein, 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 nein. Das ist der Hammer. Time to go! So. Den könntest du jetzt schön von der Seite. Da habe ich zumindest 90%. Und der hat mich nicht im Overwatch. Der könnte mich aber... Was ist denn das? Bist du gar nicht so nach dem nicht? 70%. Das sind aber 90% und dann ist der hin. Ja, der würde halt nicht gleich sterben. Du musst zwei Schüsse in ihn reinpacken. Hm. Aber ich würde es trotzdem machen. Der ist schon mal down mit einem Schuss. Glück gehabt. Dann kann ich jetzt auf den nochmal feuern. Noch ein Sack. Aber das ist doch gar nicht mehr. Oh, ich verstehe. Danke auch. Ein bisschen wenig. Aber ich habe doch hier den Super, oder? Nee, Finish. Precision Shot. Das kostet dann aber gleich zwei Aktionen. Dann kannst du danach noch auf einen von den anderen schießen. Yes. Wie es den zersägt hat. Das ist so ein Schienensystem. Das ist so ein Schienensystem. So, jetzt muss ich aber aufpassen. Hier hinten war auch noch ein Ticker, der hier hochfahren kann. Aber in einem Zug kommt der nicht so weit. Also würde ich lieber nochmal hier... ...das hier im Auge behalten. Ja. Hä, der ist nicht in die Luft geflogen? Ich glaube, du hast gemisst. Das war gar nichts. Ja. Das sieht jetzt schon wieder so aus, als wäre das nicht im Overwatch. Ich glaube, das ist, weil diese Fliesen hier so rot sind, denkt man... Aber normalerweise müssen wir das doch anzeigen. Das ist doch... Ja. Ich schieße jetzt einmal, dann lade ich nach. Schon wieder. Ja. Aber dann zeigt er das nicht richtig an. Das ist nicht sauer machen. Okay. Immer dasselbe Spielchen. Ja, aber echt. Habe ich denn auf den keinen Schuss fällt? Nee. Ja, aber ich würde lieber den anderen da weg machen. Mit dem Ticker lieber. Naja, du kannst, du musst dich entscheiden. Du kannst, obwohl du könntest auf den Ticker mit der Pistole schießen. Also du könntest hier hin mit dem Scharfschützen, du werde den da oben ausschalten und dann mit der Pistole auf den Ticker schießen. Wie schalte ich denn durch, wenn ich auf ein Ziel drauf bin? Du meinst die Taste? Das weiß ich nicht. Auf dem Gamepad sind es die Schultertasten. Egal, also auf den jetzt. 46 ist halt scheiße. Ein schön wenig, ja. Ja, probieren kann man es ja. Tada. Na ja, siehst du? Ist genauso gestorben wie der andere. Ist gestorben wie jemand vor. Wow. Da musst du ja scheinbar nur ein bisschen treffen. Oh fuck, der Ticker, der... Oh shit. Oh man. Da steht sie halt hier. Völlig beschissen. Warte mal. Hier kann ich... Nee. Muss sie jetzt irgendwie... Ja, aber sobald sie sich bewegt, ist sie tot. Achso, warte mal. Ich habe jetzt nur die falsche ausgewählt. Sorry, ich wollte... Hier jetzt quasi den... Ja, das würde gehen. Und dann mit dem Pistolenschuss. Ja. Was blöd ist, dann kommt von hinten halt der Ticker. Dann sind wir noch ein bisschen weg. 22 Prozent. 22, scheiße. 22, scheiße. Das ist wohl jetzt auch um rechts. Dankeschön des Edelingshotel. So und jetzt... Chef, ich konnte mich nicht mehr konzentrieren. Ich konnte mich nicht mehr konzentrieren. Ich konnte mich nicht mehr konzentrieren. Warte mal, Group Therapy 150. Ist hier den Verletzten? Nö, dann macht sie das jetzt selbst. Stimmt sich selbst. I'll heal you. Group Therapy ist hier aber auch nochmal, aber egal. Team, let's do this. So geil. Jaaaa. Ich fühle mich gesund. So und jetzt hat sie aber hier nochmal... Wie viele Punkte noch? Einen. Shit. So irgendwie versuchen zu verhindern, dass dieser Ticker da rein schneidet. Das war doch, als irgendein Skill, der da getriggert ist, oder? Also wenn das ein Skill war, dann weiß ich auch nicht. Ja, irgendwie hat sie sich schon so katzenartig abgerollt. Was? Ja okay, erst wurde sie weggeschränkt, dann hat sie sich halt abgerollt. Was hast du für Katzen? Wenn die Nerven Granate drohen. Boing! 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 Hä? Ist das um einen Millimeter zu kurz, oder was? That's what she said. Da haben wir nicht. Ja na schön. Auf hier. Auf der Bergung raus. Und es ist... Wie sieht die denn aus? Eine Mumie. We got you. And listen. Give the Cog one more chance, okay? Gabe's a good man. I'll have the sea. Sehr gut. Aber Hauptsache... Hauptsache, die hat eine Sonnenwelle auf, ne? Voll am Kopf verletzt. Das kann... Also das... Die Leute, ey. Das wird jetzt nur ein Zug, weil ich die gerade erst quasi freigeschaltet habe. Ja, wir würden jetzt hier so runter. Und dann... Ja, sicher. Ja, sicher. Overwatch. Bring it on, Grubs! Ja, 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 ja. Wird es ein Galaxy Brainpuff 1000 wie? Ja. Locus! Shake off the cobwebs, cause we need your firepower. Fuck! 89. Ja, Ritical. Mach ihn. Oh! Fuck this shit, ey. Ja, wie soll ich auf beiden Schuss fällt? Toll. So. Warte mal. Wir machen jetzt hier fast Fingers auf den. Ich mach es nochmal. Es ist Reloaded. Es ist Reloaded, wenn ich quasi... Dann Warte rauf als erstes. Was ist denn das? Öfter Shot. Ach so. Das ist nochmal. Ich muss ihn gleich in den Schatten geschleuert haben. was ist denn eigentlich in den Schatten? Wir haben jetzt noch den Schatten. Ah, oder? Das ist Zoe. So, jetzt haben wir mal das Gutee-Dämen. Wie viele Punkte habe ich noch? Nein. Gutee-Dämen-Einrichtung. Das ist was ich dachte! Hey! Ah! Ein anderer runter! So. Hm. Ja, war geklappt. Gehen wir aufs Ganze? Nee, wir machen lieber auf. Das ist voll nett hier von der Atmosphäre her. So ein bisschen Urlaub, ne? Ja, ja. Och, zwei Punkte wollen wir mich verarschen, oder? Zwei Punkte! Ja, guck mal, da können wir uns den Punkt wenigstens zurückholen. Gib ihn mir her! So. Ja, wo laufen sie denn? Oh, die Kiste da links nochmal. Step on it, people! We don't move fast, they die! Oh, jetzt hat's auch schon knapp. Ich hab's mal aufgedeckt. Ach, da oben sind wir jetzt. Drohne, Drohne. Interessiert mich nicht die Boni, so. Ähm. Wir stimmen. Wir stimmen. Wir stimmen jetzt erstmal hier. Micaela. Ja. Hier, das wird helfen. Bereit. Aha. Dicht lassen wir. Ach so, da komm ich gar nicht. Hm. Na ja. Bring it on, Grubs! key Na ja. Wow, jetzt eine Granate. Das wird gut sein. Da ist jetzt noch grad hin Granaten. Okay, jetzt müssen wir erstmal hier versuchen, von hier aus, wenn man keinen Schuss fällt, wenn ich mich hierhin bewege, habe ich wie viel Prozent? 51. Das Abling-Shot? 60. Take it. Ja! Dig in. Das ist ja auch nicht so schlecht. Acht Meter. Das wären jetzt die. Okay. Ich knall jetzt. Wieso kann ich den auf den nicht schießen? Hä? What? Warum? Naja, wahrscheinlich ist es genau der Winkel, der nicht hinhaut. Scheiße, ey. Das heißt, wenn ich den jetzt aber hierhin bewege, dann würde es gehen. Ich knall jetzt erstmal hier hin. Ich knall erstmal den Harry weg. Das dumme ist der, der die... Nein, nee, doch nicht. Wir können auch mal nachzählen. Nein. Scheiße, noch habe ich... Und nur this turn. Das bringt mir so gar nichts. Also... Lieber hier mal sowas versuchen. So, was kannst du jetzt noch tun? Ich sehe so wirklich was Sinnvolles. Was ist das hier? Group Therapy. Dieser Lebenspunkt für immer weg. Dann machen wir das nochmal, aber zumindest nochmal. Bisschen mehr Leben. So, ah gut. Ideen? Die darf ja auch nicht mal overwatchen, ne? Habe ich das mal hier auch beschossen? Ja. Andererseits... Du kriegst die Granate da nicht hoch, oder? Ich darf ja nicht, weil dann ist der Cooldown weg und ich werde beschossen. Also, wenn du... Wenn du einen Schritt... Oder du gehst halt links rum, ne? Und gehst die Leiter hoch. So. Hm? Ich glaube, ich werde beschossen. Moving. Cool. Ja. Ja, sehr gut. Da ist Pod Nummer 2. Suche nach dem genauen Picks. Die Granatenchirurgie, ey. Hahaha. Siehst du, auch wenn er sich bewegt? Ja. Rack, aus! Geil, hör, wenn du das auch machen willst. Was? Keep it up! Surprise! Yes! Ich bin runtergeschossen. Geil, hör, 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 hör. Sehr gut. I'm not losing these people again. Don't let the Pods finish them. Ach komm. Ach, komm. Ach, komm. Hahaha. Ja, kann er jetzt hier nicht viel machen. Außer... Nix. Nö, mit einem End-Turn. Mhm. Mhm. So, du Knalli. Autsch. So, dann... Erst die Kiste, dann der Soldat. Okay. Okay. Das, äh... Michi, du bewegst dich immer mehr auf, äh... auf Dings zu. Auf, ähm... Effizienz. Äh... Auf, äh... Wie heißt das? Day to win von FIFA? FIFA. Äh... Ich bin da irgendwo noch hinten. Ich bin da irgendwo noch hinten. Ja, gut, aber... Nö. So, wir kommen... hier jetzt hier eine Leiter. Dann... Du hast es. Hier kommen die Grubs. Steht da nicht... Was steht da? Unterzeichnen? Das ist unser Target. Ich soll mit den Geretteten... so und so viele Meter noch töten. Nämlich... losgehen. Also, als erstes schicken wir jetzt mal... die Scharpschütze hin. Hier hin. Dann... Okay. Was ist denn sie eigentlich hier? Ja. Das ist auch nochmal eine Scharpschütze. Hm. Wen lassen wir denn ins Auto einsteigen, wenn alle Leute... Feuerschutz gehen von oben? Der Lockvogel in der Gruppe. Ja! Wir haben nur noch drei Minuten Zeit. Laut Anzeige kommt in einer Minute mein Essen. Das Lieferant. Achso. Das war extra schwierig. das ist's. Boom! So! Tolle Scharfschützen seid ihr. 10% ist ja lächerlich. 10% Dann noch lieber so ein Sichtschutz, ein Sichtkegel. Hier auch lieber so ein Sichtkegel. Klappt. Hat geklappt. Oh, das sind so beide Pisten. Okay, aber... 17% ist ja so wenig. 18% ist ja so wenig. Bring it on, I'm ready. Ja, halt. Bring'n wir hier lang. Dann schieße mal. Nochmal. Okay. So, reload. Aber dürfen die anderen dann auch gar nicht mithelfen, oder wie ist das? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ließ es nur ein Team sein, oder? Eher gedacht, dass die... Dass der Kill halt dann quasi von der... Warte, 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 dann lasse ich jetzt... Dann lasse ich jetzt nicht sie abdrücken, sondern... Sie... Schauen wir mal, hat das was gebracht? Ja, einer noch, genau. Das heißt, dann lassen wir sie jetzt den nochmal runterschießen. Und dann noch mal. Ja und ich, und jetzt sie hoffen... ...Precision Shot mit extra viel Schaden. Wer denn ist... Alter. Watch it! Here they come! Na, aber der noch. Das klappt, ja. Sehr gut. Passt aber, ja, ja. Okay. Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich echt nur, dass die Gruppe halt... Also, dass du quasi nicht bis zum Ende wartest mit dem Befreien. Ja. Das passt schon. Das haben wir jetzt gleich... ... quasi auch noch innerhalb der Essence Deadline geschafft. Alle Bonusziele heute erreicht. Das war sehr wichtig. Das machen Sie einen Bewegung! Aber... Ja, ist ja egal, sobald wir im APC sind. Winken wir den von drinnen. Auf und immer Wiedersehen! Ja, komm mal, wir kommen zurück. Und hey... ... wir werden diesen Konvoi für dich ein Haus machen. Verrückt mir. Jetzt hoffe ich, Gabe kann trotzdem deinen Freund retten. Ach, dass es mal ne extra Mission ist mit dem einen, der übertrückt ist. Das war doch auch wieder ne Nebenmission eigentlich, oder? Ja, aber dadurch, dass es ja nicht die Option gibt, ne Hauptmission zu spielen, das ist ja irgendwie quasi auch wie ne Hauptmission. So kann man das halt auch machen, ne? Gut, das war's heute gewesen sein bei Gears Tactics und sogar ein Achievement gerade noch bekommen. Null Minuten, sagt meine Uhr. Null Minuten. Bis zum nächsten Mal bei Gears Tactics. Tschüss! Alles gut, ciao! Tschüss, ciao!